Ja, hallo, ihr da, vor den Rundfunk-Empfangsgeräten? Moment. Mein neuer YouTube, Team GVM heute hier mit einem neuen Video in diesem Jahr, das letzte Video in diesem Jahr. Wir waren in der Sommerpause, die sich etwas ausgedehnt hat, das heißt, wir sind jetzt bis zum Ende des Jahres quasi inaktiv gewesen, könnte man meinen. Wir haben uns aber unsere Ideen und unsere Pläne ausgearbeitet, wir haben uns personell und strukturell ein bisschen umgestellt, wir haben unsere Ideen ausgearbeitet, uns überlegt, was können wir machen, was wollen wir überhaupt machen und sind jetzt an einem Punkt gelangt, wo wir endlich wieder angreifen wollen. Das heißt, wir werden in Zukunft Gespräche führen, um eventuell Veranstaltungen zu organisieren, wir werden Vlogs drehen, wir werden Deckprofiles drehen und wir werden all das Zeug wieder machen, was uns richtig Spaß macht. Dieses Video hier möchte ich auch dafür nutzen, um allen Leuten einmal zu sagen, frohe Weihnachten, genießt die Feiertage, fresst euch richtig schön satt, damit die Plauze ein bisschen wächst und kommt gut in das neue Jahr 2019, denn da sehen wir uns wieder. Bis dahin sagen wir erst mal reingehauen, wieder schauen, Küsschen aufs Nüsschen und bis dann. Tschüss! Musik 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 Musik